Herzlich Willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Werner. Ah. Ja. Ne? Was gibt's denn hier nix weiter? Haben wir uns ja schon umgesehen, ne? Da kommen wir nicht ran und so. Aber wir hatten die Idee. Eine Idee. Ich zieh es in die Mitte. Okay. 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 Coole Idee. Ja, die sehen nicht so gesund aus. Das stimmt. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder drin. Also weiter rechts können wir wahrscheinlich... Ah stimmt. Ich hab ja hier ne Aufgabe. Ja. Hier ist auch irgendwas. The IT Guy. Ah ja. So. Aha. Ah, was haben wir denn hier? Ein Radio. Aha. Okay. Umdrehen? Ach. Batterie? Natürlich nicht. Typisch. Typisch Frau. Ja. Ach. Wie? Was? Was? Batterien halt. Jetzt kannst ich mich bewegen. Ja. Was ist das hier? Ah, ich weiß wo wir Batterien haben. Wo denn? In der Ferberino von Papa. Ah! Gut aufgepasst. Okay, und wo ist die? Die haben wir doch eingesteckt eigentlich. Nein, nein. Nein? Wo ist nochmal das Büro her? Ja. Da ist das Klo. Da bescheu ist er nicht. Achso, nee. Stimmt, andere Seite. Da. Haltet durch Opa. Geh schon. Haltet durch Opa. Keiner kümmert sich um deine Pille. So, wo war das jetzt? Ja, aber die haben wir ja. Die Fernbedienung. Achso, ich dachte... Das ist was ich begann. Das ist was ich begann. Na gut, dann können wir das Ding von Papa nehmen. Warte mal. Was ist das? Ah, ist die Hüfte? Achso, ja. Wo ist das denn? Hier. Oh, da nehmt er nicht. Das. Ich weiß nicht. Wasser. Das ist die Tür. Na ja. Wo ist denn? Wolltest du was reißgucken? Ja. Nee, ist es nicht. Komisch. Na, zur Apotheke. Ja, ja. Also, da wollten wir ja schon mal rein, aber wir haben, glaube ich, den Schlüssel gar nicht. Ah. Ja. 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 Ja, du hattest hier aus dem Schreibtisch sehen wollen. Ja, da war der Erste-Hilfe-Kasten. Ah, okay. Da ist nix. Die Schubladen hatten wir schon. Nee, da kann man alles nix mehr. Nee, wir müssen irgendwie das Radio reparieren, aber... und die Batterien finden. Hm. Ah, gut. Was passiert? Hm? Kannst du das Rad bewegen? Beweg mir das Rad. Passiert was? Nee. Okay. Komisch. Das kann ich im Winter. Keine Ahnung. Nee. Vielleicht in irgendeinem Regal. Aha. Was ist da denn? Und? Was? Es ist eine Batterie. Ah, das sind doch Batterie. Ja, guck mal. Ja. Ganz plötzlich. Eine zumindest. Glaube ich. Ach so, okay. Ja. Ist das ne Zeitung? Okay, versuchen wir mal. Diese Batterie sollte das Radio fit. Great. Thanks. So, jetzt können wir noch eine zweite. Jetzt. Was hier? Ah, eine Batterie. Yeah. Yeah. Grußkarten. Voll dumm. Ich versuche seit drei Tagen dieses Radio zu reparieren. So, jetzt zurück. Ja, genau. Also Batterien einpacken. Was? 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 Das wusste ich natürlich. Yeah. Ja. Dann müssen wir das auch noch einschalten. Ist es noch nicht funktionieren? Ja, ich kann es nicht herausfinden. Lass mich auf das. Geht. Mach doch mal lauter. Genau. Schau mal. Und Power. Nein, ich wollte Power. Nichts. Wir sind doch noch falsch rum, wie dumm kann man sein? Oh mein Gott! Berta! Warum bist du so dumm? Ah, die Antenne. Achso, die Antenne, ja, natürlich. Ja, natürlich. Und dann... Power? Nein, ich wollte doch Power. Oh, Leute. Aha. Ich bin ein Genius. Okay. 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 Wir sind schockt. Ja. Und, ähm... Können wir jetzt... Ah, Kati. Okay. 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 Wir wollten sie vielleicht noch was anderes fragen. Ähm, ich würde sie gerne noch was anderes... Nein, ich würde sie noch was anderes fragen wollen. Ja, aber von Rex halt. Was? Wir müssen die ansprechen von unserer Schokoladenseite. Achso. Und. Ja. 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 Kannst du es glauben? Those creeps, oder ghouls, oder... Whatever the hell they are. They were pulling our van apart, and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. That was kinda cute. That parent's basement sort of way. Huh? Whoa. What? Cherry Blossom? Cherry Blossom. Cherry Blossom. I'm fine. I'm fine. Really. Okay. 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 Okay, um, are you ready? Hey there. Okay. You ready to head out? You got it. You? Yeah. Let's go. Where are we going? In the Apotheke, or what? Ja, wir wollten... Ja, wir wollten doch Glenn, ähm, retten. Der ist doch losgezogen, und... Der Typ hat das Funkgerät Bescheid gesagt, und so. Oh, oh. Hm. Dass der irgendwo... Huckt. Das dauert jedenfalls, bis der der voll dreckig ist. Ja, hm, richtig. Schon voll angefressen. Oh, oh. Hoppla. Äh... Hm. Hm. Ja, das ist alles gut. Hm. Voll. Ja. Ja, ja. 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 Ich höre eine Krise, die von innen kommen. Wer ist es? Es ist eine Frau. Wir haben gesprochen und sie hat Angst. Ich habe versucht, um sie zu helfen, und sie hat angefangen, und sie hat gesagt, dass ich bin. Ich habe versucht, sie zu überzeugen, dass ich sie nicht war. Und das ist dann, dass alle diese Leute aus dem Land kamen. Ein paar haben uns gut. Und ich habe in der Maschine gefunden. Glücklich bist du. Jetzt gehen wir. Wir können nicht nur sie weg. Wir können nicht nur sie weg. Sie sind für eine Frau. Ich bin sie, mit oder ohne dich. Ich bin sie. Ich bin sie. Okay. Das ist eine gute Idee. Wo sind wir denn jetzt hier? Keine Ahnung, wir fliegen einfach. Okay, also du machst jetzt quasi nichts gerade, ja? Nein, ich mache nichts. Okay. Da sind wir. Ah, okay. Ich habe so ein bisschen Schiss. Oh, wie werden wir? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn du zu lange guckst, wird man dich sehen. Okay. Soll ich nochmal gucken? Ich guck nochmal. Ja, ich sehe nichts. So, Moment. Regen mit. Guck mal links. Ah, da liegt was. Ja, da liegt es. Ja, da liegt es. Nimm die mal. Schnapp. Good luck smothering them to death. Das ist nicht wirklich was ich in mir hatte. Achso. Guck nochmal oben. Okay. Guck mal links. Achso, hier kann man... Ah. Ah. Okay. Scheiße. Oh my. Undone. Okay. Okay. Ah, okay. Good. Aha, ich bin. Ich denke, ich habe ein ziemlich guter Weg zu stoppen. Jetzt müssen wir es ruhig machen. Okay, ich bin schön. Das ist der Teil. Aber ich bin so ziemlich gut. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Ja. Ja. Ich bin so gespannt. Ja, ich bin so gespannt. Ja. Oh. Okay. Sehr schöne. Oh, das ist ja. Ich bin so gespannt. Ja. Jetzt gucke ich oben. Oben? Okay. Achso, das ist gut. Dann gehe ich wieder. Und jetzt gucke ich rechts. Alle Wege gehen nach Rom. Ich gucke nach unten. Ich gucke links. Okay. Ah. Ah, okay. Red mal mit ihnen. Geh raus, du bist gut. Aber die Geräusche. Just follow my lead. Stay right behind me. Oh. Ah. Ich bin sick. Okay. Mhm. Okay. 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 Ah, wir kommen an. Dann. Ah, hier ist was. Mit Zündkerzen. Mhm. Mhm. Okay. Schon eine random Idee. Ja, schon, ne? Hier, das war's offensichtlich, oder? Okay, dann. Aha. Aha. Was ist das? Achso, schieben. Ah. Das wäre natürlich... Das war's. Das war's. Das war's. Okay. 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 Und dann... Jetzt kannst du die Tür öffnen, oder? Nee. Okay. Ah, erst zum Fenster. Achso. Äh, geh mal nochmal zum... Genau. Okay. Und dann... Der Zündkerzen? Ist er der Ding? Millcker fünf. Du zeigerst. Okay. Äh. Du gehörst. Huh? Kein an anermine. Er deineраatet hat? Ja. Das ist ein alter Opa in Mädchenkostüm. So. Okay, cool. Und jetzt? Was machen wir nun? Mal wieder links, ne? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich guck. Ach so, da kann man... Ja, aber ich musste mich verstecken. Aber dann machst du das, ne? Ja. Guck hoch. Ah! Nein! Scheiße, ich bin zu spät. Oh mein Gott. Ach nö, das war ich zu langsam. Ich würde sagen, dann speichern wir erst mal. Insel wir uns doch mal. In der nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.